Wenn ich mich in ein Auto verliebt habe, dann das sind Stiche, das sind Schmerzen, das ist, ich verstehe dich so gut, aber ich verspreche dir, Hans, ich verspreche dir, ich werde mein Bestes geben, ehrlich, ich besorge dir was Vernünftiges, so, ne, und ich halte dich auch auf dem Laufenden, ehrlich, jetzt, ich mach das jetzt gar nicht machen, oder so.